Hier haben wir das Modell 13082 von Willi Schillig, wunderschön, frei, unten und ein Hochlehner, wo auch große Menschen wie ich Platz haben. Sie sehen hier, der Raum ist offen gestaltet mit der Kupfe, sie bieten einen hervorragenden Liegekomfort, so genau, Schulterm, und ja, der Pflegeleicht, der helle Stoff, freundlich, selbst in kleinen dunklen Wohnungen. Ja, eine ist da, also wer klickt, gewinnt.